DAS GEBURTSTAGSEVENT Das Geburtstagsevent Johnny Faustkampian Willst du denn gegen? Ja, wir starten jetzt und dann schießen wir uns gegen den Mensch ab Ok So ist der Plan 1 2 1 1 2 1 Du rechts, ich dann links Klima Weißen Ballern wir uns über den Durchfall ab Ich würde der bessere gewinnen Haha 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 5 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 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 5 5 5 5 5 6 6 7 8 5 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 6 6 7 7 8 8 9 5 5 5 5 6 8 9 5 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 4 4 5 4 4 5 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 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 9 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 5 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 6 5 6 5 5 5 5 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 7 8 9 6 6 6 7 7 8 9 9 7 7 8 8 10 10 9 9 10 10 10 11 11 12 12 11 11 12 12 12 12 12 12 13 12 12 12 12 12 12 13 15 15 12 12 13 14 15 15 12 13 14 15 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 17 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh, ich habe nicht mehr. So rausgekommen? Ja. Nicht mehr aufgekommen. Ja. Da hat er nicht Fassig Boah, ich bin trocken Engine ist ausgefallen Mayday Fassig Aufpassen, wenn du Paketen hast voll Die man so nicht dran ist Dann setzt deine Maschinen auch zurück Egal. Ich bin getroffen worden. Hast du den Raketen gehört? Ja, von meinen Raketen. Ja, von ganz weitem. Alter, ein Treffer. Hülle ist... Und noch ein Treffer. Jetzt. Bam, ich hab's gesehen, ey. Richtig gut. Diesmal hab ich gezielt mit den Raketen. Sogar auf, weiß ich nicht, 100, 150 Meter hab ich geschossen. Ja. Aber saustark. Einen Raketentreffer hältst du raus. Ah. Also, von zwei Raketen ist halt nur eine. Eine drauf. Bei zwei Ketter hat die ein E-Mails ausgehalten. Richtig gut. Sanitierig für dich. Dankeschön, dankeschön. He he he. He he. Nein, ja. Töger. Einen Mann. Einen Mann. yêu.